Hallo, Leute! Hallo, Leute! Ich bin Silo Fonseca. Ich bin Gendrona Scholder. Wir sind Freunde und heute sprechen wir Deutsch. Wir sind A1 oder A2. Und heute machen wir einen Test. Ja, wir machen einen Test gemacht. Wir haben einen Test gemacht. Ja, genau. Sie ist eine super Läderin. Wir lernen und wir sprechen ein bisschen Deutsch. Wir lernen zusammen und wir sprechen zusammen immer in Deutsch und in Englisch. Und Frau Constance sagt, nein, nur Deutsch. Ja, Frau Constance ist auch unsere Läderin. Ich liebe Englisch. Ich liebe ein besser Englisch. Deutsch ist nicht sehr gut für mich. Ich liebe Englisch. Für mich auch. Ich liebe Englisch. Ok, alles gut. Genta. Genta. Aber Genta. Woher kommst du? Ich komme aus Kosova. Und du bist sie da? Woher kommst du? Oder woher kommst du? Du bist mein Freund. Ja, ich komme aus Brasilien. Woher kommst du? Woher kommst du? Welche Sprachen? Ja, ich kommst du. Das ist gut. Die Beste. Nein, ich spreche Albanisch. Meine gute Sprachen. Ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Türkisch. Ok. Mit Busschra. Mit Busschra, ja. Unsere Freundin, ja. Genau. Ich spreche Wiesisch, Englisch und ein bisschen, ein bisschen Deutsch. Nein, du bist nicht. Nein, nein, nein. Gepasst. So. Heute. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Ja. Heute wir haben einen Test. Einen A1 Test. Wir prächtig A1. Ja, ja. Und ich mache alles falsch. Nein. Ich glaube. Weil es ist nicht wichtig. Nicht falsch. Ok. 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 So. Ok. Ok. Wir haben. Wir haben. Hohen Test. Lesen Test. Und schreiben. Und schreiben. Und schreiben. Und holen. Wir. Hohen. Wir hören. Holen. Zwei oder 15. 15. Erfragen. Erfragen, ja. Und. Und kreuzen sie. Und kreuzen sie. Ok. Ok. Und lesen. Wir haben. Ähm. Wie viel. Wie viel. I think. Ich glaube. 40. 40. Ja. 14. Genau. Und. Text, ja. Wir haben. Wir haben. Ja. Wir haben. Wir schreiben. Wir schreiben. Eine. Ja. Sie schreiben fest. So. Ein. Ein. Was. Oh. Wie heißt. Schreiben fest. Ja. Zwei. Wie schreiben. Eine Einladung. Ja. Eine Einladung. Genau. Nein. 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 Es ist eine Mail-Antwort. Ja. Das ist gut. Äh. Sie schreiben für mich. Ja. Ich. Ich. Schreibe für Genta. Und ich habe für Prassida. Und ja. Im Deutsch ist es ein bisschen schwer. No, ein bisschen. Sehr, sehr. Und Genta hat viele Lab mit mir. Mein Deutsch ist fertig. Sie sprechen sehr cute. Im Deutsch. Spitter. Sprech. Sprech. Das ist sehr komisch. Das ist falsch. Nein. Aber ja, das ist alles. Ja, das ist alles für Freunde. Mich zu schreiben. Wir machen ein richtig... Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir sind ein. So bitte. Entschuldigung. Be kind. Be nett. Bitte, bitte, bitte. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Konsens sind. Aber. Wir lieben dich. Schreibt раз kommt. auf meinem Kanal Dege deinen Like Compartilhe mit deinen Freunden Share mit deinen Freunden Und Kiss! Tschüss! Tschüss! Musik